Äh, ähm, das ist doch hier. Hm, ich werde es mal... Nur mal so. Warte. Doch, wir fliegen dahin. Und dann laden wir vielleicht mal nochmal neu. Das hilft manchmal. Ah, Moment. Stopp, 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 stopp. Man muss immer alles lesen. So. Mhm. Drücke und halte. Okay, ich verstehe. Aha. Go. Man muss genau lesen. Drücken und halten. Okay. Was tust du da? Das sieht so aus, als wäre es richtig. Ich glaube, wir haben es geschafft. Dann war das ja wirklich nicht mehr lang. Kann ich ja vielleicht noch ein bisschen Disco Elysium spielen. Müssten wir ja auch noch ein bisschen was machen. Oder ich gucke ein bisschen Gronkh oder Panikvieh. Und das sieht mir sehr nach einer Art Abspann aus. Ich drücke und halte. Super. Das wird immer dunkler. Oder? Oder? Ja. Hallo? Und das ist der Atlas? Hallo? Irgendwas ist da. Ja. Ja. Und das bleibe ich wieder andersrum. Hier kann Path. Die kenne ich noch gar nicht. Das Problem ist, es bringt mir ja auch nichts. Ja, aber es ist genau das gleiche wieder umgekehrt. Und so, ich sehe das mal definitiv als Abspann für diese Expedition. So. Hui. Was ist das denn? Ich gucke mir mal ganz kurz an, was es das ist. So. Ich gehe mal abholen. Was kriegen wir? Also es kommt wieder Pläne. Ja, Feuerwerk. Oh. Ja. Okay, so. Das hier. Okay. Ja, gut, hier ist ja schon einer. Was machen wir das hier? Die ist ja wunderschön. Ja, hier haben die Leute massenweise. Wo ist denn mein Schiff? Ja, hier sind wir überall. Aber wo ist mein Raumschiff? Ich habe gefragt, was ist die Antwort? Und an dieser Stelle wäre es sehr gut, wenn diese Jetpack-Voran-Bewegung mal so laufen würde, wie ich das gerne hätte. Ja, wie immer auf paradiesischen Planeten haben wir auch. Ja, aber da ist es richtig. Fast richtig. So. Noch ein bisschen. Weil hier ist zu viel. Ich will auf einem anderen Planeten. Weil es auch egal ist. Ich will einfach nur... So, wo haben wir das denn? Schiffchen? Ja, are you? Da hat schon jemand eine tolle Basis gebaut. Das will ich aber nicht. Ich fliege woanders hin. Der Planet ist wirklich schön, aber... Ja, ja, Quani. Where are you? So, ich mag es ja auch nicht so glücklich. Aber dann machen wir vielleicht einen anderen Planeten. Was ist hier? Paradiesisch. Nehmen wir den. So. Wir haben es so gut wie geschafft. Ein kleiner, paradiesischer Planet. So, notkrumener von mir aus. Das dauert noch richtig lang. Egal. Mhm. Wir haben es gleich, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Irgendwie müssen wir aber noch 13 Minuten vollkriegen, ne? Ich weiß auch wie. Eine Minute geht erstmal drauf, bis wir da hinkommen. Dann will ich irgendwo hin, wo es hell ist. Oder? Quatsch. Doch, 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 doch. Naja, ich will nicht da hin. Ich will... Da hin. Wenn der Meer jetzt wieder in die Mitte rutscht, ne? Dann werde ich böse. Das macht er nämlich ganz gerne mal. Aber ich will definitiv ins Licht. Geh nicht in das Licht. So, wie hügelig ist es? Es geht, oder? Er ist paradiesisch, aber trocken, oder was? Oder mehr diesig als Para? So. Naja, er ist schon ein bisschen hügelig. Obwohl, ne, sieht besser. Sieht gut aus. Jo, hier bauen wir uns hin. Zack. So, dann... Machen wir Y. Den Basiskomputer. So. Und? Jawohl. Und? Jawohl. Sehr schön. So. Reicht das schon? Komm, gib mir den Meilenstein. Ah. Was? Was stand da? Ah, ich muss was bauen. Was können wir denn bauen? Fertige Räume machen wir nicht. Na komm. Ja klar, fehlt mir jetzt wieder Kohlenstoff. Wir können halt eben noch nicht so furchtbar viel machen. Warte mal. Was können wir denn alles bauen? Nur das? Mhm. Ja, das bringt gar nichts. Also. Mhm. Ich habe eine Idee. Wir bauen sie da oben auf der Spitze. Ich mache eins meiner ganz berühmten Bauwerke, die nicht funktionieren. So. Dahin. Aha. Gut. Eins. Zwei. Drei. Vier. Dann. Fünf. Drei. Drei. Vier. Fünf. Mhm. So. Kohlenstoff. Kriegen wir hin da. Oh. Und da. Nee, brauchen wir nicht. Nee, brauchen wir nicht. So. So. Können wir jetzt noch irgendwie eine Tür bauen? Achso. Aha. Das ist. Nein. Aha. Dann schnappen wir uns noch ein Dach. wenn wir dürfen. So nicht. Ähm. Ähm. Dach. Aha. Ja. Okay. Ich würde gerne ein Dach machen, das auf dem Haus ist. Na. Ja. Warte mal. Wie können wir... B. B. So, das ist meine Basis. Titel, Inventar voll, das ist klar, es will einfach alles nicht so wie es soll. So, wir bauen hierhin Feuerwerk. Das ist gut. So, was können wir noch machen? Wir können das Raumschiff auftanken. Nein, natürlich nicht. So, Raumschiff, wo bist du? Ich will das echt nicht mehr. Ich bin da so schlecht drin. Den Schlüssel brauchen wir nicht. Das leere Ei. Na komm. Wir hauen das da rein. Ach, das ist gut. Das geht sogar. Zack. Und... Ähm, warte. Das sollte man sowieso machen. Was ist das? Solar, Lebenserhaltung. Ja, geht auch. So, was können wir noch mitmachen? Äh, wir könnten das mal verkaufen. Wo ist mein Schiff? Komm, wir machen das ordentlich. Ähm, ja. Oder warte mal. Ne, ne, ne. Wir fliegen. Zur Basis. Weil wir müssen ja auch auf die Zielbasis kommen, ne? Die ist, jo, die ist relativ weit weg, oder? Ja, geht. So. Ne, ich hab ja gesagt, ich muss Zeit schinden. Aber so wollte ich das eigentlich nicht. Ich kann ja danach noch mal zurück zur Basis, aber... Wieso bin ich am Ende dieser Reise immer so ausgestattet, wie ich gern am Anfang gewesen wäre? Also... Die Frage ist nicht ernst. Klar. So. Also... Erstmal verkaufen. Dann abschließen. Und dann in der Anomalie mal reinschauen, was wir jetzt wirklich bekommen haben. Ah, jetzt haben wir das sowieso schon. Da brauchen wir gar nicht mehr Anomalie. Das müssten wir dann vielleicht mit einem anderen... So. Fangen wir hier an. Wir haben... Davon... Und... Ja. Zwei. Wir haben davon... Das hilft ja doppelt. Oh, da kriegen wir ja nichts mehr. Aha. Eins dahin. Eins dahin. Wir haben... Haben wir noch was? Haben wir noch irgendwelche Erweiterungen? Haben wir nicht. Das da können wir uns noch anschauen. Was ist das? Äh, noch so ein Ding. Gut. Das ist Quatsch. So. Ähm... Wir verkaufen. Machen schön. Alles leer. Den Spielstand nutze ich ja nicht mehr. Und dann schließen wir ab. Mann, Mann, Mann. So, also... Salz müssen wir behalten. Das da war früher mal sehr viel wert. Ist es jetzt aber nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr. Könnten wir brauchen in Zukunft. Egal. Zack. So. Dann. Ich liebe dich. Ganz ehrlich. So, dann. Ja. Ja. Und als letztes. Ja. Gut. Und dann gucken wir mal. Da ist es. Alles abgeschlossen. Ja. Hm. Hm. Wenn ich aber jetzt Schluss mache. Hm. So. Ich würde sagen, wir portieren nochmal schnell. Zu unserer Basis. Nee, die Siedlung. Genau. Wir gucken, was die machen. Wartungskosten. Weil die bringe ich immer ganz gerne ins Plus, ne? Naja, gut. Das wird aber wahrscheinlich nichts. Die Siedlungsschulden sind wahrscheinlich unermesslich. Aber vielleicht kommt irgendjemand, der uns, äh, ja, die Produktivität oder die Wartungskosten irgendwie abnimmt. Und dann haben wir es ja doch wieder geschafft. Ja. Ich habe gedacht, die zwei Wochen sind zu knapp. Und deshalb habe ich es in dreier Tagen abgerissen. Oh ja. So. Okay. Ähm. Ja. Ist hier. Wo ist mein? Hier drin. Gut. Gehen wir erstmal da rein. So. Und schauen mal. Da müssen wir hin. Besucher begrüßen. Was macht der? Äh. Ja. Mal schauen, was passiert. Zufriedenheit erhöht. Das ist überhaupt nicht das, was ich brauche. So. Wir schauen uns den Zustand an. Äh. Wartungskosten sind viel höher. Mhm. Produktivität ist saumies. So. Dann schauen wir doch mal. Ja. Es müsste auch noch was geben, den Bauvorhaben. Das ist es nun nicht. Das ist es vielleicht. Ja. Da. 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 Wo ist das Bauvorhaben? Ich finde das. Nee. Auch nicht bei so einem kleinen Ding. Hm. Das könnte. Nee. Bauvorhaben. Hier. Oder? Bin ich im Kreis gelaufen? Ich bin im Kreis gelaufen. Ganz sicher. Klar bin ich im Kreis gelaufen. Aber wir bauen doch irgendwo. Hallo? So. Strahlungsschutz aktiv. Das müsste. Ah. Ah ja. Da haben wir's. Erstmal das. Und dann können wir was gegen den Disput machen. Aber erstmal gucken wir mal, dass wir da nochmal was reinmachen. Mhm. Drei Aronium. 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 Weißt du was? Du kannst mich mal. Aronium. Du kannst mich mal. Ich will dich nicht. Du kannst mich mal. Das sieht fast aus wie mein Bau. Wer ist es nicht? Was ist denn? Wo bin ich denn jetzt dran gestoßen? Wer hat mich denn da jetzt? Oh man. Das ist es auch nicht. Hilfe. Das ist schon wieder ein Konflikt. Gibt's das jetzt in... Mhm. Ja. Siedlungsschulden weg. So. Mhm. So. Ach. Ach. Wie nennen wir das? Ne. Dann müssen wir das an der Stelle einfach sein lassen. So. Die Siedlung ist eh nicht schön. Also. Wir springen zurück. Zu unserem Feuerwerk. Und dann gucke ich einfach noch ein bisschen Panikfee. Ich liebe das noch. Unfassbar Panikfee. Twitch. Panikfee. Genauso wie man es schreibt. Ich glaube mit K. Panikfee. Hm. Fee. In einem Stück. Total toll. Momentan mit Gronkh zusammen. Natürlich. Der wird erstmal nicht getoppt. Und natürlich mit Pixeldemon. Weil persönlich bekannt. Und einfach auch ein toller Kerl. Panikfee. Pixeldemon. Und immer Gronkh. So. Da ist mein Haus. Wie ist das mit dem... Ist das Feuerwerk jetzt schon durch? Ja. Das feuert nicht mehr. Gut. Macht nix. Dann würde ich sagen... Ich weiß nicht ob ihr diese Memes kennt. Ich habe endlich meine erste eigene Wohnung. Es ist nicht viel, aber... Es ist meins. Können wir das da vielleicht bauen? Wir haben nichts. Können wir das bauen? Ja. Ach, Quatsch. So, alles klar. Ich würde mal sagen... Ich mache mal ganz kurz nochmal die Dings an. Hallo. Das war die Expedition Nummer 6. Redux. Wir haben es abgeschlossen. Es geht hiernach weiter mit der Expedition... Was? Nein. Mit der Expedition 7. Und danach machen wir weiter mit unserem normalen Spielstand. Wenn dann nicht nochmal die Expedition 9 kommt. Die Expedition 8 haben wir ja schon. Genau. Dann sage ich mal... Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's auf jeden Fall gut. Und... Schaui.